Na dann rein da. Oh nein. Nicht der schon wieder. Ich lauf natürlich auch voll rein, ne? Ich bin gut. Na? Wow. Das hat ja mal nicht so gut geklappt, ne? Boah, der hat einen... Ah, jetzt geht das wieder los. Okay, ist das so eine Art Boss Rush jetzt, oder? Wie genau habe ich das zu verstehen? Ja. Ich komme nicht weg. Boah. Unfair. Komm, nochmal. Los. Ähm... Das denn? Oh, fuck. Da, voll rein da. Wo ist der Mana? Okay, komm, erstmal weg. Einer weg, einer weg. Boah. Die hauen mich des Todes durch die Gegend. Okay, einer weniger. Oh, kacke. Kurz warten. Komm schon, ich brauche noch einen Dash. Jawohl. Schlüssel bekommen. Aber den lege ich noch. Was? Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich hätte weitergehen können. Ich fühle mich gerade übelst schlecht. Ja, zack. Natürlich, dann gehe ich wieder voll rein. So. Tschüss. Na? Wohin gehst du? Scheiße. So, hier ein bisschen Leben abfassen. Komm, geht weiter. Volle Bombe rein da. Meins. Okay, jetzt habe ich ihn. Fast. Ich muss erst mal die Slabs besiegen, oder? Oh, nein, jetzt habe ich ihn. Puh. Fette Kiste. Page of Critical Hits. Nice. Hat sich ja gelohnt zu kämpfen. Ach so. Das sind Seiten wieder. Fähnkristall. Okay. Diesmal schaffe ich die aber. Boah. So, Nummer 1. Komm schon, das war's tot. Hab ein. Okay. Offensive gleich beste Defensive. Fuck. Fett daneben. Ey, komm her. Nice. Weiter jetzt. Was? Das denn? Ähm. Ich verstehe. Ich verstehe. Aber im Moment, ich würde erst noch gerne mein, äh, hier. Das Buch bauen. Ey, du, das Buch bauen. Ach so, hier. So. Crit plus 1. So, das mach mal kurz kaputt. Ähm. Okay. Cool. So, ich kurz ein bisschen warten, bis ich wieder ein bisschen mehr geheilt bin. Ach, du Kacke. Oh Gott, ist das. Oh Gott. Oh Gott. So, Nummer 1. Toho. Nummer 2. Ich könnte genau jetzt gehen. Aber was war denn? 20 MP. Huh. Kann ich bitte eine große Kiste haben? Wollange geht das hier? Wollange komme ich hier durch? Aha. Ach, natürlich. Hätte ich mir denken können. Gott. Ich bin tot. Stirb. Das hat ironischerweise nicht gereicht. Gott. Das ist aber gereicht. Hm, ich könnte theoretisch jetzt einfach warten, bis meine HP und meine MP wieder voll sind. Habe ich zufällig irgendwas, um mich zu heilen? Nee, habe ich nicht. Ja. Ja. Äh, ist da. Ah, okay. Aha. Da, guck mal. Das sind meine beiden... Und das sind die Sachen, die ich glaube, was kaputt gemacht hat im Tower. Na ja, ich muss lange kämpfen, bis ich den richtigen habe, oder was? Moment. Sieh, gehen, dass ich noch treffe? Komm schon. Klatsch. Ah, guck mal, jetzt können wir weitermachen. So läuft das. Jetzt haben wir einen richtigen. Schon wieder. Okay. Das läuft ja. Wie lange geht dieses Realm jetzt? Nicht wird. Gar nichts zu melden hier. Und Key bekommen. Das ist jetzt einfach nur so eine Nebenquest hierfür. Oh, fuck. Ich fühle mich nicht bereit. Ganz und gar nicht bereit. Oh. Was ist jetzt? Oh. Verstehe. Huh. Ausgewicht und komm schon. Klatsch. Volles Brett rein da. Was ist jetzt los? Oh. Natürlich. Die gehen jetzt auch super leicht. Na los, Medusa. Komm schon. Yeah. Wieder versteinert. Kann ich das vielleicht dem ausweichen? Irgendwie. Oh, natürlich. Okay, komm schon. Drauf da. Und weiter. Nur wenn ich so weitermache, habe ich die Medusa ja bald. Oh. Oh. Das war jetzt nicht so klug, ne? Oh Gott. Komm schon. Ah, jedes Mal, wenn ich angreife. Komm, ich mach gleich zu Ende. Komm. Ja, habe ich. Nice. Riesentruhe. Und. Maximal AP plus 10. Und den Elite-Fähnenstein bekommen. Verdammt nochmal, ja. Das ist genau das, was ich haben wollte. Denn damit kann ich mir jetzt ein bisschen was Besseres craften. Die Frage ist, was crafte ich mir denn? Moment, hier, kurz Removen. Wie sieht es mit der besten Waffe aus? Das könnte ich theoretisch machen. Für die Elite-Claymore. Damit ich es schneller durchdrücke. Hmm. Ach komm. Was soll's. Kann ich den Dungeon einfach öfter machen? Das ist dann quasi jedes Mal. Jedes Mal diesen Stein bekomme. Hä, bin ich immer noch im Arkane Realm? Ich peile es gerade nicht ganz. Aha. Okay, ich bin verwirrt. Okay. Oh cool. Ich habe neue Materialien bekommen. Hä, soll ich das nochmal alles machen? Ich kann das theoretisch nochmal reingehen. Soll ich? Ach komm, warum nicht? Das dürfte es ja ein bisschen schneller gehen diesmal. Jetzt habe ich ja dicke Rüstung. Und niemand wird mich aufhalten. Niemand. Außer vielleicht dieser Fettsack hier. Aber ansonsten, niemand. What? So, hier. Ein bisschen heilen. Ich habe ihn. Habe ihn. Es geht ganz viel Spaß noch von vorne los. Oder was? Oh, guck mal. Ich habe direkt zum Anfang diesen Lied zu stellen bekommen. Na, direkt craften. Das wäre ja sonst dumm, das nicht zu tun. Oh. Verstehe. Na, ist der Kacke gelaufen. Na, ist der Kacke gelaufen. Okay, Hauptsache wir haben uns erstmal wieder. Das gute Zeug. Oh. Okay. One shot. War, hat sich gelohnt. Warte, mach halt doch. Kann doch gleich den hier machen. So, umweg hier. Das ist gerade echt nur so ein, so ein, so ein Looten und Leveln Ding hier. Aber es bockt einfach irgendwie, keine Ahnung. So, zack. Lol. Countern ist alles. Locker. Nächstes Gebiet. Ah, das wieder. Na du. One shot. Na du. Immer auch nicht. Jetzt aber. Was ist das denn? Einfach fett durchgehen, komm. Ah, ich bekomme natürlich hier jetzt mal ein bisschen Schaden drum drauf. Ah, dazu ist das also gut. Ah, wieder so ein Raum. Ich zerleg die einfach alle mit meinem fetten Schwert. Ah, offen. Na eben, welches ist meine Fähigkeiten drin. Ähm, S. Oh. Da. Der Phantomstruck ist eigentlich ganz nice. Da will ich mal weiter. 132 Prozent ist schon nicht von schlechten Eltern. Einfach auch wegen dem... Oh. Oh, direkt beim ersten Mal. Oh, schon wieder. Medusa. Hey. Denkst du bist besser geworden? Bin ich verstanden gerade ausgewichen? Habe ich es geschafft, ja? Fuck. Komm, volles Brett. So kann ich jetzt irgendwas beschwören können. Oh, fuck. Komm schon. Jawoll. Das ist ja jetzt wirklich nur noch Farben auf höchsten Niveau. Ich glaube, ich bin für die extra Bossräume bereit. Irgendwas hat mir das. Und noch ein Liedestein. Cool. Habe ja nicht genug Feenklamotten. So. Und nochmal Session. Und nochmal Session.